Ein Prost in der Gemütlichkeit und odshaftes. Hier ist Peter Wackel und ich freue mich auf das Oktoberfest in Blumenau im Oktober 2022. Ich komme mit all meinen Hits und dann geht es nach Brasilien. Also ich freue mich mit dem richtigen Stimmungssitz beim Oktoberfest in Blumenau. Prost, euer Peter Wackel. Bis zum Schalala.